Wie kann es anders sein? Den letzten Abend in Panama verbringen wir mit Nora und Harko beim Brandy Dog Spielen, beim Jassen und bei einem feilen Stück Kuchen, frisch gebacken von Nora. Tag 1, kein Wind, wir sind immer noch im Bereich der Las Perlas Inseln. Pia nutzt die Gelegenheit und näht eine gekaufte Mola auf ein Kissen auf. Handarbeit, meint sie. So wie die Kunas auch. Die Auflagen und Vorschriften, wenn man nach Galapagos reisen will, sind sehr streng. Unter anderem gibt es Vorschriften, dass das Schiff unten extrem sauber sein muss, so dass man keine fremden Organismen ins Gewässer von Galapagos bringt. Hier habe ich das Schiff zum letzten Mal gereinigt und dokumentiere es für die Behörden mit einem kleinen Video. Die Fahrt nach Galapagos ist anspruchsvoll. Der Wind kommt aus Südwesten direkt auf die Nase. Der Küste entlang des Kontinentes kommt eine Südströmung nach Norden. Und zwischen dem zweieinhalb und fünften Breitengrad Nord kommt eine Westströmung Richtung Osten. Wir verlassen unseren letzten Ankerplatz auf der Isla Del Rey und ziehen weiter Richtung Südwestung zum nächsten Ziel, Galapagos. Ja, ja, schön, dass du das einfach mal hast. Komm! 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 Ein Naturphänomen auf offenem Meer. Eine Windhose oder mehrere haben sich da gebildet. Wir müssen das beobachten, wenn das auf uns zukommt. Segel runter. Auf dem Radar klar erkennbar eine grosse Gewitterfront. Für uns heisst das, wir schlagen eine Wende und fahren direkt zuwärts. Am Rande hat uns dann doch noch ein Regenguss erwischt. Das war dann der letzte. Die Saison für Regen, Flitzen, Donner und Gewitter ist für uns nun endgültig vorbei. Dann Presse. Dann hierher die Saison für die Saison für Regen, Autos und Regen. Und dann hierher die Saison für Regen. Dann hierher die Saison für Regen durchschlag. Böcher und Regen. Ich habe ja gerne Vögel, aber wenn der Tag danach so aussieht, ist meine Gastfreundschaft zu Ende. Ich habe ja gerne Vögel, aber wenn du, weil du, weil du, weil du, weil du, weil du, weil du. Abangaloo 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 Dank HACCO kann ich jetzt auf dem offenen Meer Wetterdaten herunterladen. Zusammen haben wir das Funkgerät, SSB und den Paktor zusammen gehängt. Und über den Paktor, das ist der Modem, kann ich jetzt den Computer anschliessen und Wetterabfragen machen über SSB. Und hier haben die Wetterdaten von heute. Wir mussten jetzt hier kehren, wir sind ungefähr etwa hier. Und fahren jetzt westwärts. Wir versuchen, tagsüber dreht sich der Wind noch leicht nach Süden, also wir können hoffentlich ziemlich viel westwärts klimmen. Wir sind jetzt im Tag 4 unserer Passage nach Galapagos. Wir haben hier oben in Panama angefangen und wollen da nach Galapagos. Wieso fahren wir nicht direkt? Wir haben den Wind gegen uns. Eigentlich möchten wir am liebsten so diesen Bogen fahren. Das geht aber nicht, weil hier kommt eine Küstenströmung, eine ziemlich starke. Und hier zwischen dem fünften und dem zweieinhalb breiten Grad kommt eine starke Strömung nach Osten. Deshalb kreuzen wir hier davor auf und wollen nachher gerade durch die Strömung Richtung Süden, um dann nach Galapagos abzubiegen. So, und jetzt habe ich ein Ragusa verdient. Ragusa? Unser Lieblingsschokolade. Und die gibt es täglich einmal kleine Ration nur auf der Überfahrt. Stimmt's? Jawohl, dafür kein Bier. Seit über einer Woche sind wir nun hartem Wind unterwegs nach Galapagos. Und wir nähen uns so langsam dem Äquator. Seit ein paar Stunden ist auch die Sonne wieder da. Musik Man sieht es jetzt nicht gut, aber wir haben ziemlich krängig. Musik Musik Anixi, Anixi, von Opina, do you read me? Opina, hallo Opina, da ist die Anixi, over. Hallo Hakko, verstehst du mich heute besser, over? Ja, heute verstehe ich dich ganz gut, over. Wir sind vom Nordosten, von Panama gekommen, zuerst mit viel Aufkreuzen. und nähern uns jetzt diesem ominösen Strich. Yeah, wir haben es geschafft. Juhu! Äquator ist überall. Jetzt sehen wir ein S, das heisst für Süden. Juhu! 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 Erster Sonnenaufgang auf Calapagos. Und was ist Prias erste Aktion heute Morgen? das Setzen der Fahne. Und welche Fahne ist es? Die Fahne von Ecuador, weil Galapagos gehört zu Ecuador. Der erste Eindruck von Galapagos. Die Fahne von Ecuador Wir sind auf die Sto-Bahn und ein Gladiator. Mein Held, der Köbi. Die erste Fahrt im Pazifik ist perfekt. Wenn dir das Video gefallen hat und du kein weiteres verpassen willst, dann drücke doch auf den Daumen, Abonnieren und auf die Glocke. Vielen Dank fürs Zuschauen.